Gab es eine Situation, wo du den anderen helfen musstest, weil der Druck bei ihnen zu hoch war, wenn ja, wie? Oftmals musstest du Teammates entlasten, wenn die unter Druck standen und du quasi ihnen nochmal Selbstbewusstsein mitgegeben hast. Wenn ja, wie? Eine der leichtesten Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten, hast du meine A-Carry sehr, sehr häufig gesehen. Ich habe in fast allen Teams, sei es mit Jestler, mit Conny oder auch später mit Bröki, 80 Carries gehabt, die immer AP gespielt haben, also Cerat, Zigg, Sven und Co. Und die hatten so viel Druck auf sich, diese Champions zu verwerten und generell das durchzukriegen und ich konnte sie entlasten in einer sehr mechanischen Funktion, indem ich First picke. Ich sage, ich übernehme die Verantwortung, ich bin fein in meinem Matchup, ich halte den Druck, Stand Counterpick zu werden, ich picke der Arthrox oder U-God Firstpick, aber ich musste immer eh die Topliner Firstpicken. Daher kam das Ding, dass Tolkien immer Arthrox spielt, dass Leute Arthrox mit mir assoziiert haben und später Nah, NNNO, weil ich halt so oft einfach diese 80 Topliner blindpicken musste, damit meine AD Carries, ihren Swains, ihre Kartos, ihren Six, ihren Cerat, ihre Kassopäer, ihre Syndra spielen konnten, ihren Weiger und was die alles gespielt haben, was nicht so charakteristisch war für viele in der Botline-Position. Und das war auf jeden Fall, also, wo entweder die blindpicken und werden vielleicht gecounter für Lendis Game oder ich blindpicke, habe eine schlechtere Zeit. Die Wahrnehmung, der Zuschauer von mir ist schlechter, angenommen, ich kann einen Arthrox mit Fiora counterpicken und ihn solo killen, alle Fans sagen, oh mein Gott, Tolkien ist der krasseste Ever, ich werde promotet in LEC, was auch immer. Also was ist halt dann Sachen, die du potenziell auch aufgibst, diese Narrative, diese Storyline-Telling, dass du verlieren kannst, wenn du halt gewinnen willst, basically. Das hat mich auch in manchen Situationen mehr getätet als in anderen. Ich hatte einen legendäres Game, wo ich mich immer dran erinnern kann, wo ich dann auch mit Maxim und Johnny später darüber geredet habe. Und Maxim war das gar nicht bewusst. In den Zeitpunkt, wie ihm war das komplett mindblowing, aber es war dieses Vladimir Game hier, wo ich 10-2 gegangen bin und ich habe komplett gesmau... Ne, warte, war das das Game? Du hast ein anderes Vladimir Game. Ich glaube, es war das Game. Ich habe komplett One-Wie-Nein gemacht und alle Caster haben nur über Lieder geredet, weil so die Narrative war, Lieder ist der krasse Mechanical-Spieler, der war ein V-Sylas und der war fucking useless. Oder Yon. Weil alle haben nur über ihn geredet. Ich war komplett One-Wie-Nein, by the way. Und habe das ganze Team gecarried in dem Game. Aber das war halt... Das ist halt nicht aufgekommen. Und sowas kannst du halt teilweise Leute entlasten, mit dass sie halt ihre richtigen Match-Up spielen können. Und dafür gibst du halt auch diverse Dinge potenziell halt auf. Und was Maxine damals nicht wusste, weil das ist auch ein No-Joke, die Wahrnehmung der Leute und die Wahrnehmung des Chats auf Reddit, auf Twitter, wo auch immer, ist extrem relevant für deine Karriere, wie Leute dich wahrnehmen und wie gut du wahrgenommen wirst für Teams. Da ist deine Chance, es ist echt schlechter, in LEC und Co. zu kommen, wenn die Leute in der Community halt denken, du bist nicht so gut. Obwohl du besser bist, als man vielleicht denkt so. Aber die Wahrnehmung ist halt viel wichtiger, als man denkt. Von einfach Twitch-Chat-Usern. Mein Wladimir, wenn ich ihn gespielt habe, war es auch Counter-Pick und ich war mal fucking not wieder ein auf Wladimir. Meine Wladimir-Picks, die sind immer aufgegangen eigentlich. In 2020, als auch davor etc. In den Jahren davor wurde aber nur EO Masters getrackt und nicht auch die Prime League selbst. Deswegen ist die Liste hier länger. Weil das ist nur EO Masters Season 9 und Season 8. Und nicht noch die ganzen normalen Games. Siehe, Broxer will ich auch mal in den Raum stellen. Es gibt sehr viele Beispiele davon. Caster haben extrem für Macht. Und das war bei mir insane lange der Fall. Das hat Maxim und Jonas hätte ich nie gemacht. Auch Sola nicht. Aber ich weiß noch, Eis und Mori hatten für eine Ewigkeit nach dem allerersten Offline-Finale so eine Narrative im Cast drin. Dass ich einfach immer nur Maokai spiele und so ein Tank-Spieler bin. Und dabei war mein Most Played irgendwie so Kamill, Arthrox und Gangplank und so. Und ich war so mega der 1-2-9-Spieler. Und dann gab es, also in manchen Games, und dann gab es diese eine Lahn in Wien, wo ich komplett gecarried habe. Und dann hat sich diese Narrative geändert. Weil da habe ich mit Kamill gesplit-pusht und so. Und da wurde dann auf einmal so wahrgenommen, was, der spielt gar nicht nur Tanks, der spielt ja auch Carries. Und das tut der Karriere schon weh in der Hinsicht. Und da hast du auch als Castor die Verantwortung für. Deswegen habe ich auch aktuell, weil obviously wenn du ein Castor bist, wie damals die Sin-Jungs, oder auch ich jetzt, die haben ja super viel nebenbei gemacht. Oder immer noch. Und cast mal hier, mal das und machen nebenbei noch dies und das. Das sind ja keine Fulltime-Caster, die regelmäßig Sitzungen haben, wie man die Narrative aufbaut, wie die Geschichte erzählt wird, das jeweilige Spieltaste des Teams und wie man was auch fair behandelt. Du machst es ja immer so nebenbei on the fly. Und ich habe auch Angst, weil es mir safe halt auch passiert, dass ich Narratives habe, die nicht gut sind und die den Spielern nicht gerecht werden und dass ich da unter den Möglichkeiten bleibe. Weil ich ja durchaus eine große Reichweite mitbringe, wenn wir Worlds-Coast-Stream oder auch LPL, LCK etc. Dass da auch irgendwo fair zu bleiben, kann hart sein. Beziehungsweise schwer sein, das gut zu machen. Das ist ja aktuell, dass links unten Tolkien-Lol steht. Ich dachte, das LOL wäre passé. Auf Instagram, YouTube und Twitter heißt es noch Tolkien-Lol, nur auf Twitch nicht. Auf Twitch konnte ich den Namen sehr easy ändern. Das glaubt ihr gar nicht, aber das ist so witzig. Auf Twitter heißt ein so ein Dude Tolkien-Lol. Äh, Tolkien einfach, Entschuldigung. Und er hat so ein richtig seltsames Profilbild. Und das so dann eben ist, ich habe dem früher gefolgt und ihm, oh warte, er hat seinen Account dann noch privat gestellt und er postet so seltsame Pornos und liked die. Also, nicht seine Likes durchklicken und streamen, das ist gefährlich bei dem Dude. Ich habe dem mal angeschrieben, ob ich seinen Namen haben darf und er hat mir nicht geantwortet. Aber ich habe einen Account jetzt gerade wieder auf, äh, auf, auf Dingens gestellt. Auf öffentlich. Nice. Kann ich mir nochmal schreiben, der war für lange Zeit nicht auf öffentlichen Account. Wird gerne den Namen Tolkien haben, ja. Tolkien-Lol-Nebengewerbe. Ne, also, äh, sein Feed könnt ihr runterscrollen, kann auch ich runterscrollen, oder Angst, actually, ja, guck. Also, das bin ich echt, der Dude hier. Ihr dürft nicht auf Gefällt mir drücken, das wird gefährlich, aber hier runterscrollen ist fein. Also, das bin ich echt. Ich hätte gerne den Namen. Ich habe ihm geschrieben, er hat nicht geantwortet. Maybe kann ich es nochmal versuchen. Was macht Freddy gut in LoL? Obviously, sehr vieles. Wenn du mich jetzt fragen müsstest, was macht er gut in League, dann obviously, er hat Challenger-Spieler bei so viel Jahre und mit dem kompetenten Verfolg ist Freddy einer der besten Mitländer, die jemals Deutschland hatte. Und wenn du mich jetzt nach einer speziellen Stärke fragen müsstest, ich glaube, Freddy hat von allen in den Ursprüngern das beste Spacing. Das siehst du am meisten auf Cassapier und Victor. Ja, und sein Movement in Teamfight, etc., beziehungsweise, wenn er Skillshots treffen und dodgen muss, ist sehr, sehr gut. Das, glaube ich, ist seine größte Stärke. Aber obviously, der hat viele. Du wirst nicht Challenger in League, ohne gut Zeitlane zu verstehen, Disziplin zu haben, Makro-Game, Micro, Laning-Face, also, sehr vieles. Aber ich glaube, das ist seine größte Stärke. Läger Hintergrund. Ey, danke dir, Zereminius. Freut mich, wenn es dir gefällt. Was war dein erstes Mal Competitive Environment? Großbritannien. Bin zu einem Gaming-Event nach Leicester geflogen. Ich glaube, es war die ESL-UK Premiership, wo ich damals gespielt habe. Und dann Insomnia 58 in Birmingham und dann die Comic-Con in London. Also, ich habe in N.A., äh, nicht in N.A., in England sehr viele Events mitgenommen am Anfang. Das war, glaube ich, das allererste Mal, dass ich offline aktiv war und wenn du jetzt Environment fragst, dann wahrscheinlich so Go4Lol. Die Go4Lol-Cups war das allererste Mal, dass du halt für Geld League gespielt hast, auch wenn es damals 50 Euro waren pro Person für 8 Stunden. Also, du hast 8 Stunden lang ein Turnier gehabt. Wenn du gewinnst, kriegst du 50 Euro. Das war Go4Lol. Das war jetzt nicht effizient für deine Zeit oder für dein Investment, aber es war halt das allererste Mal, dass du hier was gespielt hast. Und actually, es war mehr als das. Ich sollte nicht lügen. Es war 50 Euro Cash und dann nochmal irgendwie Triumph and Rise als Skin und du hast, glaube ich, nochmal so 20 Euro auf jeden Fall habe ich damals eine Menge Go4Lol gewonnen und auch Reign of Gaming und andere Website-Turniere quasi und da habe ich eine Menge Skins von gekauft. Ich habe super wenig Geld für League ausgegeben für Skins, weil ich hatte so viel RP von diesen frühen Turnieren, dass ich mir die Skins so oder so kaufen konnte, weil ich ja quasi mit Zeit für die Skins bezahlt habe, weil ich halt die Turniere gespielt habe und dann 2., 3., 4., 1. geworden bin, je nachdem, was die Competition war. Darf man fragen, warum du von der Brille getragen hast? Alter, ihr seid so Superficial-Chat, das ist echt krass. Ich trage meine Brille und keiner denkt, ey, Tolkien will lustig oder eifert sein. Alle fragen so in die Richtung, will er seine Augenringe verstecken? Nee, Argo, Incarni und ich hatten den gleichen Pulli an, weil wir letztes Jahr schon vorher Good Game Podcast gemacht. Da hatten die beide noch die gleiche Brille und dann haben die ihre jeweiligen Brillenpartner geplackt und darüber geredet, ne? Also ich habe halt gesagt, ihr seht gleich aus, hol die Brille und dann lol, da ist es auch die gleiche Brille, nein, ist eine Puma-Brille gesponsert, nein, ist die Brille gesponsert und dann habe ich halt meine Sponsort-Brille geholt als Witz, Holzkern. Grüße gehen raus. Ich habe keinen, meine Augenringe, Bruder, ich präsent sie noch jeden Tag im Stream. Ich habe keinen anderen Grund als einfach diesen kleinen, lustigen Moment in der Situation. Wie kriegt man dieses Schwert als Symbol? Well, entweder ich modde dich oder du bist Sub. Also einmal gibt es das grüne Mod-Schwert und das andere Schwert ist dieses Subscriber-Badge, das ist in dem Fall Artrox-Schwert. Da haben wir verschiedenen Farben und verschiedenen Formen. Ich habe mir mal belegt, dass wir mehr Artrox-Schwerter machen als Sub-Badge. Die Artrox-Emotes werde ich dann demnächst wegnehmen. Wir haben ja nicht mehr, also wir haben noch welche, aber ich werde die demnächst rausnehmen wegen neue Emotes, die reinkommen. Und vielleicht können wir die Sub-Badges erweitern. Genau, weil das sind ja aktuell alle Sub-Badges, die ich habe, ne? Die Artrox-Schwerter. Ich glaube, das ist das Diamanten-Sub-Badge und das hier ist, glaube ich, das ist das Master, aber was ist das Höchste? Ich glaube, das ist sogar nur das Grandmaster. Ne, das ist ja Silber. Wir können vielleicht noch das Schwert in anderer Form für Leute, die schon seit zwei Jahren Sub sind oder so. Aber es hat sich auf jeden Fall sehr gut angeboten, gerade auch mit der Artrox-Storyline, ne? So, sieht eigentlich ganz cool aus in verschiedenen Farben, finde ich persönlich. Okay. Sechs Monate und so. Ganz nice. Folge Wanker zum nächsten Podcast. Bin ich mir gar nicht sicher. Also ich bin bei Folge 4 wieder dabei. Folge 3 bin ich nicht dabei. Ich bin bei Folge 2, 4 und 6 am Start. Wann hier genau ist, bin ich mir nicht genau sicher. Danke dir. Danke dir. Das Rot-Silberne ist für drei Jahre. Das Rot-Silberne ist, glaube ich, das Grandmaster. Das sind die Grandmaster-Farben, aber die sehen halt sehr ähnlich aus. Mein Video-Editor damals hat sogar das einfach Ficker-Abzeichen genannt. Aber ich meinte dann, lass mal lieber das Schwert noch drehen. Weil das ist quasi Grandmaster. Aber wenn es halt klein ist, sieht es fast aus wie Silber, ne? Muss halt ein bisschen, wir können auch einen Challenger machen halt. Muss halt bloß anders aussehen als Gold. Weil es ist ja quasi alle League-Farben durchgehend. Wir starten mal Bronzer gegenüber zu Silber, dann Gold. Platin. Sieht direkt so aus wie Diamond. Deswegen haben wir, glaube ich, Platin geskippt und direkt Diamond gemacht. Emerald. True. Könnte man auch noch mit reinnehmen. Grün. Ja. Wie viele von diesen Emotes haben wir bei Heiden-Chat? Viele von denen werden nicht mehr benutzt. Sind auch obviously nicht die besten Emotes jetzt im Vergleich zu dem, wo ich mich hinentwickelt habe. Ich will jetzt sicher auch nicht mehr Artox als, Artox ist auch einfach nicht der beste Emote-Champion. Man erkennt ja nicht mehr, wie das Artox ist. Und der Artox, der so süß winkt, ist auch einfach weird. Down from the door where it began. Ich brauche nur Tolkien off als Emote. True. Tolkien off. Immer ein gutes Emote. Danke dir, Wompress. Vielen Dank für dein Zart mal willkommen. Danke dir, mein Dude. Vielen lieben Dank. Das Artox-Loy kann man halt nur erkennen, weil all diese Emotes sind immer so richtig chibi-süß. Und das sieht man halt nicht, ne? Wirklich, das kann man halt, das kann man, Artox ist halt nicht chibi-süß. Der ist halt chibi-böse. Wo sind denn die neuen Emotes? Ich habe die noch nicht reingestellt, aber ich habe die schon lange runtergeladen. Ich habe die auf dem Handy. Also ich muss die damals von Kathleen bekommen haben und dann habe ich sie auf dem Handy runtergeladen. Kathleen. Kathleen Emotes. Emotes Tolkien Zip. Perfekt. Ah, deswegen ist der Chatverlauf mit Kathleen immer eine Goldgrube. Da finde ich Dinge, die ich finden möchte. Und manchmal ist es auch keine gute Quelle. Manchmal finde ich auch die Dinge, die ich finden will, nicht. Leider. Und das ist so dumm, aber manchmal schreibt mir halt Kathleen im Stream, also ich rede mit ihr im Stream und sie schreibt mir dann auf Discord, aber dann, also, dann rede ich halt mit ihr und deswegen schreibt sie nicht zur Nachricht dazu und dann kann ich nach den Sachen nicht suchen, weil sie nichts geschrieben hat halt. Also sie hat mir so Bilder oder ein Dokument oder irgendwas und ich kann es halt nicht mehr finden. Wissen Sie, was ich meine? Ich kann sonst eingehen, ich habe halt Emotes und dann finde ich es, aber jetzt. Bei der Hochzeitsplanung hat sie mir die Sachen gesendet, aber ich konnte sie nicht mehr finden, weil wir haben darüber im Stream halt geredet. Bam, 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 bam. Das sind ja die neuen Modes dann, ne? Die sind noch nicht alle, aber ich finde die echt nice. Mit meinen lieben kleinen Dorneteufel als Maskottchen sind schon einige sehr gute dabei entstanden, finde ich. Passt einfach mehr als zu... Ja, das ist auch nice. Blind brauchen wir auch dringend für Lies of Pee und so weiter. Der Rentner, aber ich muss immer warten, bis ich das Größte nehme. Ah, das ist keiner nice. Kleiner, kleiner Switch von den Dingen, die wir haben. Der Blaubeermuffin. Den wollte Kathleen unbedingt haben. Ich wollte den Blaubeermuffin gar nicht, aber Kathleen wollte nur unbedingt. Der Kaffee ist auch keiner nice. Look at this. Look at this. Guten Morgen. That's so nice. Tolkien Gumo? Nice. Wenn ich mal nie gut spiele, Tolkien Smurf? Auch nicht bad. Finde ich auch lustig. Und noch ein paar Animierte und so. Bei einer Sub-Gift-Bombe die Gläser erheben. Ist auch keiner nice. Ah, ist schon not bad. Was hat er noch geplant? Ja, ich bin ein bisschen unsicher, denn ich habe ja die ganze Zeit Internetprobleme gehabt. Während des Podcasts bin ich ja mehrmals desid. Was für dich super ärgerlich ist, sowohl für den Partner als auch für mich. Jetzt traue ich mich nicht wirklich League zu spielen, damit ich keinem Game runterrenne, weil wir sind jetzt gerade innerhalb von zwei Stunden Stream, glaube ich, dreimal, die ich sieht. Innerhalb auch immer von so einer dreiviertel Stunde Abstand. Das ist schon sehr lästig. Ich freue mich auf die Änderung für den Kanal demnächst auch. Warte, ich muss mal bei Steam Deck diese neue Szene einfügen, damit ich nicht permanent diese OBS klicken muss. Kann ich mal die Just-Chatting-Szene einfügen? Wir haben jetzt neue Just-Chatting-Szene. Toll gehen. So, warte. Aber ich glaube, ich mache jetzt gleich einfach ein bisschen mit euch über League Just-Chatting-Reactions oder wir spielen Lies of P. Ich möchte nicht solo spielen und dabei Leute runterrennen. Die Frage ist, was muss ich nicht solo spielen, weil mein Account sonst decayed. Das können wir gleich mal gemeinsam nachgucken. Ich glaube, ich habe noch zwei Tage gehabt gestern. OBS Studio. Szene. There we go. War nicht ganz nice, so eine Szene zu haben, auf die ich einfach rübergehen kann. Die nicht Full-Bild ist, um einfach Pausen zu überbrücken oder wenn ich irgendwas verstecken will, wenn ich irgendwas anklicken muss, kann ich die Szene jetzt einfach benutzen. Muss ich wahrscheinlich noch den Stinger entfernen, dass ihr die nicht seht. Welcher der Hateringenfilme ist dein Favorit? Ich mag die zwei Türme am meisten von den drei Filmen. Ich finde, alle Filme sind keiner geil, aber sie haben es besser und schlechter umgesetzt, wie halt vor allem Frodo eingebunden wird und wie er dargestellt wird. Und speziell im letzten, also im dritten Teil sind die Szenen ein bisschen lang mit Frodo und Sam, wo nicht so viel passiert. Und es ist halt einfach schwerer, den inneren Kampf darzustellen und abzubilden im Film als im Buch, wo du es einfach beschreiben kannst. Ja. Es gibt ein neues T1-Video. Alter, Arexor, weißt du, womit du mir den größten Gefallen tun könntest? Wenn du so das T1-Video jetzt mitnimmst und auch, keine Ahnung, alle möglichen anderen League of Legends-Videos, die du findest und die mir einfach geballt, gemeinsam irgendwo sendest mit verschiedenen, also einfach im Discord-DM's oder so, I don't know. Und dann kann ich die alle ansamt angucken während, während der Worlds. Weil die würde ich absolut ungern jetzt gucken. Die können wir gerne bei den Pausen bei Worlds gucken. Dann haben wir eine Menge zu tun in den Pausen. Weil wir haben jetzt ja acht Games pro Tag. Also haben wir sieben Pausen. In der Zeit, dann brauchen wir Filmmaterialien, dann kann man nicht mal Leute oder Bilder machen. Also was wäre super geil. Da das T1-Video reinballern, G2 irgendwas cooles. Das da vorgefiltert zu haben, wäre schon huge. Da brauche ich gerne. Also wer da gute Videos findet, könnt ihr gerne in Reaktor mal reinposten. Dann sieht die vielleicht da Rexor auch oder ihr seht die oder so. I don't know. Oder ich seh die. Haben wir mehr Dinge, die wir dann tun können währenddessen? Nee, so im Moment wieder als erstes Erdringerbuch und ich muss sagen, Tom Bombardier ist ja so ein Based-Character. Ich mochte Bombardier nicht, als ich das erste Mal der Ringe gelesen habe und ich glaube, da primär daran, dass ich die ganzen Gedichten oder Segen nicht so gut verstanden habe als Kind, so mit zwölf oder so. Das hat mich auch super irritiert, dass einfach in dem Buch das Herr der Ringe heißt und wo alles um den Ring zu gehen scheint, in dieser eine Ring der Macht, den alle so fürchten oder Hoffnung auf ihn haben, je nachdem, bei welchen Gattern wir reden, dass er Bombardier so komplett kalt lässt. Das hat mich irritiert. Das hat mich weird. Viele Fragen haben mir gestellt, was es mit Bombardier da auf sich hat und wer er ist und was er ist. Es gibt viele coole Theorien zu Bombardier, dass er Tolkien darstellen soll, der sich in sein eigenes Werk reingeschrieben hat, etc., etc. Verschiedenste andere Sachen. Aber ich fand ihn erstmal irritierend am Anfang. Älter ich wurde, desto mehr mochte ich ihn auch und fand ihn als lustigen und auch interessanten Charakter, aber am Anfang fand ich ihn einfach nur irritierend. Wann gehen die Worlds weiter? Die Worlds gehen am 19. weiter. Am 19. Mit der WM weiter, mit der WM-Meisterschaft. Mit Worlds. 19. um 7 Uhr. Empfehlst du die Bücher auf Englisch und auf Deutsch zu lesen? Kommt auf dein Level an, wie gut du in Englisch bist. Die Originalsprache zu genießen, ist sowohl bei Filmen als auch Büchern oftmals empfehlenswert. Aber Tolkien ist nicht dafür bekannt, die leichtes zu lesenden Lektüre zu schreiben. Hobbit und Henry liest sich natürlich trotzdem viel leichter als viele seiner anderen Werke. Richtung Samarillian, Nachricht aus Mitteleerde, Fall Numenor, Skondolin, etc. Aber dennoch ist es auf Englisch schon schwerer zu lesen. Ich habe hier hinter mir ein englisches Exemplar und das habe ich erst gelesen, als ich irgendwie so 17 war oder so. Am Anfang mal auf Deutsch gelesen. Einfach weil ich nicht gut genug war in Englisch, um das wirklich zu lesen und dann auch nicht unbedingt Bock habe, bei jedem Wort oder bei jedem dritten Wort zu googeln, was es heißt. Okay. Vielen Dank. Das ist ein YouTube-Zwei-Stunden-Video, das ist mein Lieblings Chill-and-Work-Lied. Wenn ich gerade so eine Steuerscheiße machen muss oder generell arbeite am PC ohne zu streamen, ist eigentlich immer was läuft. Irgendwas mit Herr der Ringe. Gibt auch eine richtig nice Version davon mit Bruchteil. Aber die finde ich nicht ganz so geil. Weil die Bruchteilversion hat glaube ich mehr vokales Audio, also wo irgendeine Frau singt und hier singt ab und zu Gandalf, aber das ist nur sehr selten. Ich mag einfach den Hintergrundbeat. Ich will nicht unbedingt, dass jemand singt, weil dann singt mein Kopf immer automatisch mit. Je mehr gesungen wird, desto weniger kann ich mich konzentrieren. wenn ich einfach anfange instinktiv mitzusingen. Vielen Dank an dir, Jonah. Vielen Dank von der Zeit. Mal willkommen. Danke dir. Läuft auch immer bei Solo-Q. Ja, das stimmt nicht wirklich. Lassen eigentlich seit langer Zeit ein bisschen mehr laufen lassen bei Solo-Q. Auch oft früh, aber aktuell nicht so oft. ist eigentlich schon mal in Dungeons & Dragons gespielt. Ja, gemeinsam einmal mit NNO. Über Offline und bei so einem, bei, ich glaube, Erfurt oder, ne, Erfurt oder Leipzig hatten wir einen Laden und da haben wir dann auch D&D gespielt. War sehr cool. Richtig viel Spaß gemacht. Auch unser Dungeon Master war sehr engagiert und sehr, sehr gut in dem, was er gemacht hat. Richtig Spaß gemacht, hat uns da gut durchgeführt. Kennst du Klamavi, die Profounders? Ja, die machen ja auch viele Held-der-Ringe-Lieder. Der Song von Durin und so ist, glaube ich, mein Lieblingswerk von denen. Der ist sehr, sehr episch. Haben wir auch oft im Stream an. Tolkien den Voice Crack wieder besser. Wieso, was für ein Voice Crack? Was für ein Voice Crack soll besser sein? Voice Crack ist doch meistens nur eine einzige Sekunde, wo deine Voice gecrackt ist, also halt deine Stimme kurz abbricht. Guck dir doch Lords of the Fallen an. Können wir gerne machen, wenn wir durch sind mit Lies of P. Wir würden ungern jetzt zwei Souls-like-Zeit-Gleich spielen. Wenn die verschiedene Steuerungselemente haben, dann wird mein Gehirn absolut explodieren. Dann wird mein Gehirn explodieren. Gestern Abend war deine Stimme fertig. Ich habe einfach geschlafen davor. Also einfach eine Morning Voice gehabt. Ich habe halt davor geschlafen und dann bin ich aufgewacht und dann war meine Stimme ein bisschen belegt. Aber das ist, glaube ich, vielen Leuten so. Das ist bei mir jedenfalls jeden Tag so. Aber es irritiert immer wieder mit Leuten. Deswegen bin ich meistens verwundert, dass es Leute immer noch irritiert. Aber gut, gestern Abend war es auf jeden Fall nachvollziehbarer, weil es jetzt am Abend war. Nee, ich habe gestern noch, oder vorgestern war ich auf einer Hochzeit. Dann bin ich aber direkt nach Hause gefahren, um die Worlds zu streamen. Da habe ich nicht geschlafen und musste dann, weil ich gar nicht wusste, dass wir um 19 Uhr noch mal NNO haben, weil ich halt quasi bis 2.30 Uhr auf der Hochzeit. Aber 5 Uhr ging Worlds los. Da habe ich das komplett geco-streamt. Dann hatte ich Reverse Street, Best of Five, also viele Games und ein langer Tag. Und dann gab es noch mal NNO-Games. Also habe ich mich davon noch mal schlafen gelegt, weil die Schedule letzten Tage war schon eine anstrengende. War viel los. Dann hatte ich halt gestern ein bisschen tiefere Stimme beim Streamen am Anfang. Happens. Morning Voice halt. Deine Lizenzente. Vielen lieben Dank für deinen Zartmann. Willkommen. Danke dir. Vielen lieben Dank für deinen Support. Wir waren gestern eigentlich NNO um 19 Uhr in der Prime League. Guckst gerne auf Uncut nach. Da haben wir die Games glaube ich auch schon hochgeladen. Aber war super. Wir haben jetzt gemeinsam gespielt bei NNO und das wird auch leider eine Ausnahme bleiben. Jetzt fahren ja mehrere von uns nach Korea. Also alle bis auf mich. Ich halte die Stellung und spiele dann mit Elchi, Zenef und vielleicht noch zwei Leute mit Highping die Prime League weiter. Ich glaube ursprünglich war ja der Plan das für dieses Jahr noch Division 3 erreichen. Aber ich glaube jetzt wird das fast gar nicht möglich sein. Haben wir auch schon gestriker, Division 4 zu erreichen. Die Playoffs waren echt schwer, weil da auch Argo und Freddy nicht da waren und wir auch mit Zapps gespielt haben. Und ich glaube ich werde wieder junglen, so wie da. Und dann haben wir ein Mützi. War auf jeden Fall fun. Keine Challenge in der Hinsicht. Wie Spaß macht. Halten wir hier die Stellung. Um unser Team da durchzuboxen so gut es eben möglich ist. Freund, könntest du dich an dein Tattoo gewöhnen. Du meinst das hier? Armin, warte, ich kann es mal größer machen. Armin, es sieht aus wie so ein Club, wie so ein Club-Stempel. Bloß und besser, right? Wegen des, weil es auf dem Handrücken drauf ist. Also ganz andere haben noch viel wildere Tattoos gemacht. So auf der Hand, so. Und einer Pi hatte so an dem Hals, hatte so eine Motte. Er sah durch Instant aus wie so ein Mafia-Boss, Alter. Das war richtig krass. Ja, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, was an der Hand sein muss. Not sure. Das Motiv nicht unbedingt. Also der Skorpion ist schon kein der Alpha. Weiß nicht, irgendwie auf jeden Fall. In Berlin, Velodrom, 9. Dezember. Kannst du im Kalender anstreichen, live dabei sein. Wenn du doch, ne, actually live bist du wahrscheinlich dabei sein. Karten sind lange ausverkauft und ja, dann kannst du online gucken halt. Aber du würdest ja wissen, wann es stattfindet, wenn du Karten hättest. Ja, 9. Dezember. Wird ein Banger. So, what's by the way? Allgemein Aces und Axes. Ihr könnt wirklich bei Caps Lock ein bisschen mehr chillen. Auch in normalen Streams. bei Worlds oder so. Ihr könnt generell auch bei Solo-Q oder bei Chatech ein bisschen mehr chillen. So, obviously, so ein ganzer Paragraph. All Caps Lock, Time Out, das shit. Aber mal kurz so ein paar Worte ist fein. Gerade wenn es in dem Fall war es ja eher so ein Stilmittel. Bisschen mehr chillen wäre gut. Na gut, danke, Latz. Danke. Vielen Dank dir, V9 Miso. Vielen Dank von dein Zappmann. Willkommen. Danke dir. Auch mal Gnade zeigen. Ein bisschen Caps Lock ist okay. Aber auch gerade wenn das Zielmittel benutzt wird. Jetzt chatten könnt ihr, also jetzt macht natürlich alle deswegen Caps Lock. You know, you can chill again. Ja, okay. Danke. Ja, reicht jetzt auch wieder. Ja, ja, scheiße. Jetzt natürlich, jetzt ist es natürlich over. Dump von mir. Aber die Mots haben mich verstanden. Die beiden kennen mich gut. Und sind beides nette Dudes. Schrägstrich Dudin. Also ganz entspannt. Schau, was du getan hast, Zeug gehen. Ja, Chat ist halt, wenn die anfangen Macht zu kriegen, dann müssen sie direkt wieder verlieren. Ihr seid wie so ein Kind, das seine Grenzen auslotet. Und wenn ihr jetzt die Grenzen überschreitet, dann kloppt euch der Vater wieder auf die Finger, bis es wehtut. Gut, da wird nämlich, ja, das kann Schmerz ab werden, sage ich. Bekomme noch irgendwo Karten für das Event? Unwahrscheinlich. Es war von Anfang an ja der Plan eigentlich, dass es keine Karten mehr geben wird. Aber Red Bull und das Event ist in Planung halt, ob das noch möglich ist. Aber es ist unwahrscheinlich. Also stelle ich eher auf Nein ein. Ist auch sehr wichtig, dass es sicher ist, ne? Auch so gerne, wie mehr Leute da hätten. Es ist einfach deutlich wichtiger, dass niemand getötet wird. Und überrannt wird. Und zerquetscht wird. Nur weil meine Leute in die Arena reinpassen sollen. Das hat Priorität. Und wenn das alles klappt, dann kann auch mehr Leute noch rein. Aber stelle ich eher auf Nein ein, dass es keine neuen Karten geben wird. Wie viele Karten gab es? Ich glaube 6.000. Aber lass mich nicht lügen. Wird das Event gestreamt? Auf jeden Fall ja. Sehr dumm ist nicht zu streamen. Auf jeden Fall ja. Sind ja auch ein Streamer-Team. Eigentlich werden ja alle E-Sports-Events gestreamt. Es gab noch kein Offline-E-Sports-Event. Wird das Spiel live übertragen? Ja. Leute. Es spielen dort Streamer gegen Pro-Playern. Und sowohl Pro-Player als auch Streamer-Games werden auch immer live übertragen. Habt ihr jemals ein Streamer-Event gehabt, das nicht übertragen wurde? Mit irgendeinem League of Legends Nier oder so? Wenn ich einen Screenshot von der Nachricht habe, von einem Mate, der mich im Game beleidigt hat, wo schicke ich den besten hin? Kannst du einfach nach dem Game reporten oder kannst du ein Ticket eröffnen oder so. Aber ich meine, ja. Was sind glaube ich denn der beiden besten Anlaufstellen? Ich freue mich, dass du drauf hast. Hast du Karten bekommen, Tyra? Oder bist du online am Start? Wer cast hat das in den O-T1-Event eigentlich? Ja, das wissen wir noch nicht genau. Ist ja nicht nur in den O gegen T1. Es ist ja auch noch wir, also sind ja alle Teams schon announced. Alle Teams sind ja bekannt gegeben. Heißt, Tyron wird auch noch gegen andere spielen. Wir werden vielleicht noch gegen andere spielen. Aber natürlich unser eigenes Game können wir nicht kommentieren. Die anderen Games könnte man ja kommentieren, aber ja, das wird auch in Zukunft bekannt gegeben. Freut mich auch drauf, wenn wir darüber öffentlich reden können. Ist doch ein Banger. Also ich weiß eigentlich schon, wer castet. Ich weiß bloß nicht, ob ich es leaken darf. Aber wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich auch eine Menge Games casten. Also wir haben ja einfach Zeit ja auch. Wir werden ja nicht die ganze Zeit spielen. Ich habe auch Johnny by the way gefragt, ob er nicht Bock hat zu casten. Johnny meinte, also am 19. Er meinte, er gibt mir heute Abend Feedback, ob er Zeit hat. Maxim natürlich auch noch easy fragen können. Maxim mal gucken, ob der Bock hat. Ja. 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 Sehr gerne Maxim und Johnny für die Worlds zu gewinnen. Bei dem mal ein bisschen was zu casten mit den alten Legenden der Vergangenheit. Hätte ich sehr viel Bock drauf. Johnny cast auch heute, glaube ich. Johnny hat auch, ich bin mit ihm, also obviously schreibe ich mit Maxim und Johnny, die werden mir das Feedback dann früher oder später geben können, wie sie die Zeit haben. Übrigens haben wir noch einen neuen Partner für den Stream für die Worlds gewonnen, nämlich Finanzguru. Ich würde gerne mal ausreichend Finanzguru eingeben oder im Panel draufklicken und gucken, bei wem ihr zu viele Twitch Prime Partnerschaften rumliegen habt. Ich kann aber mit meinem Partner vorbeigucken. Ausreichend Finanzguru rein da. Ist auch für drei Monate kostenloses Premium-Programm mit dem Code Tolkien. Ne, ne, nicht mit dem Code. Einfach halt mit, mit dem Link-Klick quasi und dann den Code Tolkien. Ja. Er sagt, Mr. Tolkien, die abonnieren. Nein, Laser, stay with me. Stay with me. Wie lange bist du schon dabei, Laser eigentlich, sag mal? 47 Monate und du folgst seit Dezember 2019. Weißt du, Laser, was ich mir bei dir immer gefragt habe von Anfang an. Weiß nicht, ob man davon, okay, ne, das ist vielleicht nichts für den Stream. Nächsten Monat, vier Jahre, Alter, vier Jahre, DG. DG, das ist ja crazy. Aber das ist maybe zu persönlich. Ich will es nicht, ich weiß nicht, ob du das möchtest, dass im Stream besprochen wird halt. Vielleicht kannst du gerne, also in dir würde ich es erzählen, ich kann dir mal kurz schreiben. weil das würde dich jetzt nicht triggern oder so, wenn ich darüber, okay, ja, und dann, wer verletzt, wann er Potsdam verlässt, nee, Laser und Potsdam gehen Hand in Hand. Auf Lock und so. Auf Lock. Was soll ich darüber reden? Laser oder lieber nicht? Ich habe mich von Anfang an gefragt. Ich habe mich das von Anfang an gefragt. Ja, mach, okay. Also, du müsstest euch vorstellen, als Laser angefangen hat, mein Stream zu gucken, hat er, der Stream wurde mir quasi vorgestellt von seiner damaligen Freundin und dann ist er auch im Stream hängen geblieben und war alles geil und haben die beide, wurden ja dann Moderatoren und so. Ich habe mich direkt am Anspruch schon gefragt, wenn jemals die Beziehung auseinander gehen sollte, wer von beiden behält mich? Weil, jeder TV-Beziehung auseinander gehen, ist halt die Frage, wie sie dann, weil die waren halt oftmals gemeinsam im Stream, aber wenn die Beziehung auseinander bricht, wer darf mich behalten? Und I guess Lasersaft durfte mich behalten. Schon sehr, sehr lustig eigentlich. Und ja, er hat mich behalten, ja. Sie ist zwar immer noch das Öfteren da, aber, ja, nicht so aktiv wie Laser halt. Auch einfach wegen halt anderen Dingen, die im Leben passieren, obviously. Aber ich habe mich das die ganze Zeit gefragt, was du so, und das ist so geil, die Idee dahinter einfach auch. Idee ist, was es ist? Ja, du hast mich behalten, Laser. War schon geil. Gemeinsam dünne essen, bis unterwegs sein, auch in verschiedenen Bars, Restaurants damals, noch vor der Pandemie. Naja, Laser behält mich. Bist du froh darüber? I mean, Laser froh darüber ist, vielleicht hätte er lieber mich verloren und sie behalten, I don't know. Ich wusste nicht, wie sensibel ist, das Thema ist, um Sand zu sprechen. Ich freue mich noch mit den Dackelaugen, den der beide behalten will. Hat er also gewonnen? I guess so. I guess so. I guess so. Warum nicht geteilt ist, sorgerecht? Ja, halbwegs so ist es ja entstanden auch. Halbwegs. Ich muss sagen, so ein Just Chatting-Stream ab und zu ist schon mega entspannt. Wir machen ja gerade nicht mal Reactions, einfach was immer ihr wollt, wir reden drüber. Ahnung, ja? Wenn ich ein bisschen was leake, dann ist das Teil des Streams. Mega cool. Super relaxed auch. By the way, er ist heute über dich getweetet. Über mich hast du getweetet, der Saft. Ich bin natürlich dafür bekannt, meinen Mods auf Twitter zu folgen. Ich weiß auch, wie sehr Togi darum gekämpft hat, dass ich ihm folgen soll und ich hab's nie gemacht. Guck mal auf Ladies auf Twitter, da sehe ich Bring me the horizon. Seit fast vier Jahren versucht, Tolkien mit einem in den Köpfen seiner Viewer zu gelangen. Ich habe diese Kunst jedoch verbessert und perfektioniert. Nicht nur bin ich in Tolkien's Kopf, sondern verfolge ihn überall hin. Ich bin Sauron und du der Ring. Was zum Fick? Emma Witnessing? Was auch noch bei der Hochzeit war, hat auch noch absurdes Tor schon wieder. Wie klein die scheiß Welt ist, obwohl es nicht so wahrscheinlich sind. Berlin, Potsdam sind nah beieinander. Aber fucking Lasersaft, ein Mod seit so drei Jahren, hatte zwei verschiedene Leute. So einer von meiner Ex-Agentur, die ich gar nicht kenne. Ich hab mit ihr nicht zusammengearbeitet. Ich hab mit Kadeen zusammengearbeitet, obviously. Aber anyway, die war irgendwie mit Lasersaft, ist befreundet oder so. Oder irgendwie connected. Und dann noch eine andere ging auf Lasersafts Grundschule. Und die war gemeinsam mit einem Dude da, der von der Instinct-Bubble kommt, aber sie selbst hat gar nichts mit Gaming zu tun. Und die studiert auch in Potsdam. Du ahnst es nicht. Du, die Welt, Alter, die Welt. Ich glaub mich gar nicht unbedingt die Welt, Schatz. Ist euch mal eine Parallele bei diesen ganzen Sachen aufgefallen, bei Lasersaft? Es sind immer Frauen. Casanova, der Mann. Ja, also... Laser hier, Laser da. Ah. Das ist schon verrückt, was der Mann da so treibt, sag ich. Ah, den Riz. Den Potsdamer Riz, der Schlinge. Äh, was ist das jetzt mit der Laser? Äh, der Riz. Twitch-Mod und Riz, Lüge. Ja, Twitch-Mod ist einer von vielen seiner Qualitäten, Chat. Nur eins von vielen Dingen. Aber wer bei Tolkien mordt, das ist so oder so, kriegt plus 30 Sexiness. Für mich? Ja, steigt die Sexiness direkt durch die Decke. Tolkien, was ist dein Lieblings-Header-Ringe-Merchandise, welches du besitzt? Äh, ich hab vier-Header-Ringe-Merchandise. Verschiedene T-Shirts. Verschiedenen Stuff. Ich glaub, das coolste Schmuckstück, das ich habe, ist so eine, ähm, Blätter-Loth-Loreans-Pin. Du hast so einen Anzüge machen, kannst du an deinen Manteln und so. Das sieht sehr, sehr cool aus. Ich hab auch den eigenen Ring. Aber das aufwendigste, was ich an Merch von der Ringe habe, ist das Schwert-Glam-Dring, also Gundarfs-Schwert. Ähm. Das ist das aufwendigste, was ich habe. Ich hab auch noch natürlich die Gundarfs-Perücken und seine Pfeife und den Umhang und so. Obwohl, den Umhang hab ich gerade gar nicht. Lustigerweise, Chat, bevor ich gerade sehen, ob ich ihre eigene Hochzeit gegangen ist, war sie bei der Hochzeit von einer Kollegin, wie in den zwei Wochen vorher. Und die hat eine Herr-der-Ringe-Themed-Hochzeit gemacht. Und er hat sie halt verschiedenste Leute eingeladen. Und Kathleen hat sich bei mir meinen Gundarf-Umhang geliehen, damit sie hingehen kann. Und Kathleen ist obviously als Hobbit gegangen, denn das passt. Von der Größe her. Recht gut. Aber sie hat sich meinen Umhang geliehen. Deswegen hab ich aktuell keinen Gundarf-Umhang. Sie soll meinen Umhang mal zurückbringen. Ich brauch meinen Gundarf-Umhang wieder. Vielen Dank dir, Alan, das auf die Pizza. Vielen Dank für den 13. Mal komm weg, Mann. Danke dir. Vielen lieben Dank für deinen Sub, mein Dud. Aua. Mein Dorni-Teufel ist runtergefallen. Hat sie auch haarige Füße, sonst ist Fake. Weiß ich nicht genau. Hab ich nie drauf geachtet. Musst du Björn fragen. Der weiß das bestimmt besser. Obwohl, sieht man im Film auch haarige Hobbit-Frauenfüße? Von Rosie oder so? I don't know. Vielleicht haben nur die Dud behaarte Füße. Nun aus. Ehrliche Frage, Zeugin. Du bist ein gut aussehender junger Dude, der intelligent, ambitioniert und erfolgreich ist. Bist du nicht in einer Beziehung, oder bist du in einer Beziehung, da du es selbst nicht möchtest? Bist du nicht in einer Beziehung, da du es selbst nicht möchtest? Also, Chat, gut aussehend junger Dude. Das sind direkt drei Dinge, mit denen ich widersprechen würde. Und ihr seid auch sehr delusional, wenn ihr anders denkt. Ich finde das immer wieder beeindruckend. Und was immer ich andere Communities erschließe, oder mit dem, was zu tun habe, bei Win-Challenges letztens, beim Dutu-Cup, etc. Wie heftig doch die Kommentare quasi sind, wie ich aussehe. Sowohl in Bezug auf Augengänge, als auch, er dachte von meinem Thumbnet, ich bin eine 40-jährige Feministin, und so, wird da geschrieben. Das heißt, dass jetzt eure spezifische Wahrnehmung mit gut und junger, und gut aussehen, das geht den meisten anderen Bubbles ganz anders. Auch, wenn ich sowas hatte, wie Sportschau oder ZDF Morgenmagazin, da wollte quasi von der Normalo-Bubble, denkt niemand so, by the way. Oder auch generell von neuen Bubbles. Also das ist wirklich, da glaube ich, liegt ihr sehr falsch mit dieser Wahrnehmung. Obwohl ich es appreciate, ihr habt euch sehr an meinen Antlitz gewöhnt. Aber es geht den allermeisten Null so. Wirklich nicht. Also da könnt ihr jetzt auch was anderes schreiben. Ihr seid indoctrinated, meinen Stream zu mögen. Weil ihr seid ja obviously sogar hier, wenn ich gerade nicht League spiele. Also ihr seid eine ganz andere Zielgruppe, die da anders denkt, als fast alle anderen. Und anyway, ich bin auch nicht jung, ich bin einer der Rentner. Bimi? Ich bin einer der Rentner. Alter, was für jung. Und zeitgleich, ich habe dann schon so überlegt, auch gerade bei Kathleen's und Björns Hochzeit, war halt wirklich in jederlei Hinsicht pixel-perfect, wirklich in jederlei Hinsicht pixel-perfect, ist schon was sehr Besonderes, was die beiden teilen. Und auch generell, fast alle Gäste, die eingeladen waren, waren halt als Paar da. Also was heißt fast alle, aber viele. Oder waren in Beziehungen, wenn es so Arbeitskolleginnen war, war halt der Arbeitskollegin nicht da, den Kathleen und Björn nicht kannten. Aber der Rest quasi schon. Und es war schon gewissermaßen ein gewisses einsames Gefühl in der Situation schon. Aber das Ding ist, ich bin halt einfach ein sehr schlechter, sehr schlechter Boyfriend. So, keine Zeit. Meine Arbeitszeiten sind meistens auch Zeiten, wo andere frei haben wollen, so Samstag, Sonntag, wo oder langes Wochenende. Beurteilt für mich die besten Arbeitszeiten, wo Leute was machen wollen. Beurteilt für mich, dass da meist Leute Zeit haben und meinen Stream gucken können. Da ist das auch, und wenn ich dann irgendwelche krassen, keine Ahnung, Win-Challenges oder Generate-Entertainment-Dinge sind immer sehr schwer zu kombinieren, wenn du quasi Nachtschicht oder Spätschicht arbeitest und sehr darauf angewiesen bist, wenn andere frei haben, dass du was machst. Ich streame basically jeden Tag seit Jahren. Ich habe seitdem kein Urlaub gemacht. Ich kann auch nicht Urlaub machen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich schaffe es nicht. Ich habe es auf Madeira versucht für einen Tag. Es ging nicht. Ich wusste nicht, wohin mit mir selbst. Und in den Beziehungen, die ich geführt habe, in den letzten paar Jahren, hatte ich auch immer den Eindruck, dass meine Beziehungen maximal zwei Jahre gehen können, weil dann immer das Gegenüber hat so die Erwartungshaltung, dass es irgendwann anders wird und irgendwann vielleicht League of Legends, E-Sport oder mittlerweile Streaming einen anderen Stellenwert im Leben einnimmt. Aber es ist für viele Personen auch absolut nachvollziehbarerweise sehr schwer runterzuschlucken, dass du halt immer maximal zweite Wahl bist. Weil halt immer was anderes, so Karriere, I guess, erste Wahl sein wird. Und das ist halt auch eine sehr bewusste Entscheidung natürlich von mir und auch eine gewisse Sucht. Sowohl zum kompetenten Erfolg, die Sucht, als auch zur Anerkennung oder Karriere, Karriererfolg oder was auch immer. Und das würde mir, glaube ich, sehr schwer fallen, das zu ändern. Weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe es auch noch nicht aktiv versucht, aber ich wüsste auch nicht, wie. Man definiert sich ja schon sehr über das, was man macht. Also zumindest ich tue das aktuell. Was auch nicht unbedingt healthy ist, aber so ist es. Wie lange die Pünktchen für einen Satzmann? Willkommen. Danke und Twips. Vielleicht eine Streamerin? Ah, nee. Ich habe für mich eine harte Regel erstellt, schon in sehr jungen eSports League of Legends Jahren eigentlich, dass ich niemanden daten möchte aus der Szene, der schon jemand angedatet hat oder der selbst und so streamt, weil ich das einfach noch nie gut fand. Aber es kann natürlich funktionieren, abhängig vom Individuum. So Mangoma Luna, Bröki, Toni ist doch insane, wie diese beiden Couples einfach sehr süß auch sind und aufeinander passen, aber ich hatte immer den Eindruck, dass ich das für mich nicht klug halte. Ich wollte also keine Hände mit Bröki, nee. Mangoma Luna schon hella cute, Mangoma Luna auf jeden Fall hella cute. Definitiv. Deine die Cakesen, vielen Dank von der Zeit, man bekommen. Liebe Bro, vielen Dank für deinen Support. Vielleicht noch nicht richtig bei Sohn getroffen, bei der es richtig geflasht hat. Ja, safe nicht, aber ich finde auch Liebe ist komplett schlecht beschrieben. Wenn du überlegst, wenn Pornos schlechter Maßstab sind, für was wirklich Sex bedeutet, dann sind Romane mit, keine Ahnung, Aragon oder Arwin oder wie auch immer oder Filme, Liebesfilme, sehr schlechte Pornos und schlechte Erwartungshalte, für was Liebe sein sollte. Weil ich hatte noch nie so, ich war noch, also nach den Maßstäben von Büchern, Filmen und Co. war ich noch nie verliebt. Safe nicht. Hundertprozentig. Der Ring ist ein sehr schlechter Porno. I mean, I guess. Zu viele Dudes in dem Film drin, ne, und in den Büchern. Quasi zwei Frauen in der Filmadaption, Arwin und Eowyn oder wie. Und das war's. Uh, der. Die Vergleiche sind wild, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte, ne? Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Galadriel, wenn wir jetzt noch ein bisschen ausweiten wollen, wenn wir noch ein paar mehr Frauen so oder so. Würstchen Party um einen Ring. I mean, ja. Mehr oder minder. Ne, war schon echt schön. Björn und Kathleen sind auch so wie seit acht Jahren oder so zusammen, seit Ewigkeiten. Man hat ja auch der Dude dann vorne die Love Story erzählt, die ich nicht im Streamer läutern werde, weil das ist deren Ding. Und das muss, das ist echt nicht an mir, das so, aber das ist mega süß. Hat mich sehr abgeholt. Ja, da kommt man sich auch nur ein bisschen einsam fühlen nebenbei, weil da neben mir saßen halt so Paare, die ich dann auch verliebt da hingesehen haben und ich saß dann so und hab so gedacht, Bruder, also legit, alle waren so mega cute miteinander und Hochzeit halt und ich muss halt einfach daran denken, wie, also ne, Kathleen kommt aus dem Bus gesprungen und schreit der Mars, ja, weil ich das lustig gefunden hätte und das war so mein Gedankengang und dann so im Nachhinein so, okay, ja, you know, du bist mittlerweile auch älter, du bist kein Pro-Player mehr, ähm, du hast jetzt eigentlich schon die Möglichkeit weniger mit League of Legends zu machen. Ich hab ja schon die, ich hab ja, ich könnte ja, wisst ihr? Bruder war es ja so, ich hab Verantwortung für viele andere ebenfalls und ich kann nicht wirklich aufhören, viel zu machen, weil ich dann einfach meine Teammates enttäusche und nicht alles gäbe für League of Legends, nicht alles gäbe für einen Lebenstraum von uns fünf, die wir uns zusammengefunden haben oder von uns sechs, sieben, je nachdem wie viele Coaches wir hatten, die aus der gesamten Welt nur durch League of Legends vereint sind, aber jetzt, wenn ich halt nicht gut in League bin, dann bin ich halt nicht Challenger. I mean, I don't care im Vergleich zu dem, was ich früher gekehrt hab, für Turniere gewinnen, das heißt, ich könnte theoretisch mir ja mehr Zeit nehmen, auch finanziell wäre es auf jeden Fall eine Einbuße weniger zu streamen, aber vielleicht ist es auch nicht eine Einbuße, wenn du darüber nachdenkst, so ein Off, der die Woche mal nicht streamen oder generell nichts Meetings und so weiter haben, einfach einen Tag frei, kann auch deine Karriere verlängern, so Mental Health mäßig, right? Aber ja, es ist halt super schwer, diese Sucht dann gegenzurücken. Du bist schon süchtig nach streamen, dafür haben wir eine sehr gute Podcast-Folge auf YouTube hochgeladen, wo wir damit, glaube ich, Argoin, Freddy und Kani drüber reden auf der Podcast-Couch in Weibling, nicht die Casting-Couch, Chat, wichtige Unterscheidung, sehr wichtige Unterscheidung, die Podcast-Couch und sehr, sehr lustige und auch interessante Folge gewesen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.